So, das ist jetzt der Strand in der Tiang. Wird in vielen Katalogen und Prospekten und so beworben. Das soll hier alles so wunderschön sein, ist es auch. Aber durch die vielen Menschen, man muss aufpassen, wo man hintritt. Man sollte Schuhe anhaben. Es ist einfach nicht so sauber, wie ich es von anderen Orten her kenne. Es ist okay, aber es gibt bessere Orte in Vietnam, um sich richtig zu erholen. Es ist eben halt eine große Stadt. Es ist laut.